So, ja, Herzlich Willkommen zurück zur Unternehmensbesteuerung. Schön, dass ihr eingeschaut habt. Wir wollen heute einige Dinge zur Grundsteuer festhalten. Und zwar, die Grundsteuer ist eine von der Gemeinde erhobene Steuer auf den Grundbesitz und unterteilt sich in die Grundsteuer A und B. Ja, und zwar, wir werfen als erstes einen Blick in die Grundsteuerpflicht. Als nächstes verschaffen wir uns eine Übersicht zur Ermittlung der Grundsteuer. Und im letzten Schritt habe ich mir gedacht, okay, eine Übungsaufgabe passt ja eigentlich auch noch hinein. Und dann haben wir eigentlich die wesentlichen Materialien, um mit der Grundsteuer auch entsprechend arbeiten zu können. Ja, Grundsteuerpflicht, die finden wir im § 10 Absatz 1 Grundsteuergesetz. Ja, dafür gibt es ein eigenes Gesetz. Den Paragrafen schreiben wir uns jetzt hier erstmal auf. Das ist also der 10er. Und wir gucken hier in den Absatz 1 des GRSTG. Ich muss da gucken, ob das auch von der Groß- und Kleinschreibung so richtig geschrieben ist. Da tue ich mich ja nicht so einfach. So, Grundsteuergesetz ist bei mir relativ weit hinten. Ja, G, R und das große S, kleines T, großes G. Aber okay, das ist eigentlich egal. Ich schreibe in der Regel alles klein oder alles groß. Nein, Spaß. Also, Grundsteuerpflicht und zwar den 10er. Steuerschuldner heißt der Paragraf. Und hier steht in Absatz 1, Schuldner der Grundsteuer ist derjenige, dem der Steuergegenstand bei der Feststellung des Einheitswerts zugerechnet ist. Also, wie habe ich das jetzt verstanden? Ich habe jetzt erstmal hingeschrieben, ey, wir brauchen erstmal einen Schuldner. Schuldner der Grundsteuer. Grundsteuer. So, und dann habe ich hier zwei Pakete notiert. Relativ easy. Und zwar erstmal brauchen wir einen Steuergegenstand. Steuergegenstand, das wäre in diesem Fall dann entsprechend der Grundbesitz. Grundbesitz und das zweite Paket, was ich mir notiert habe, ist, dass das ganze Paket hier demjenigen zugerechnet wird. Also, zugerechnet oder Zurechnung, je nachdem, wie ihr es dann entsprechend nennen wollt. Wie gesagt, die Tatbestandsvoraussetzungen hier für die Grundsteuerpflicht, die sind so schnell abgearbeitet, da muss man eigentlich nicht viel prüfen. Das ergibt sich entsprechend aus der Aufgabe. Aber die Rechtsnormen in Paragrafen 10 Absatz 1 im Grundsteuergesetz sollten wir auf jeden Fall parat haben. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal anhand des Beispiels einfach mal diese Grundsteuerpflicht durch. Auch hier wieder relativ easy. Ich würde sagen, erstes Paket, wir haben ein Betriebsgrundstück in diesem Fall. Ein Betriebsgrundstück. Grundstück. Und dieses hat X im Einzelunternehmen. Also, das X im Einzelunternehmen hat, das X im Einzelunternehmen hat, Einzelunternehmen hat, führt, etc. So, also, können wir sagen, ey, Grundsteuerpflicht, Grundsteuerpflicht ist hier gegeben. Ja. Hier unterscheiden wir auch nicht zwischen beschränkter und unbeschränkter Grundsteuerpflicht. Hier gibt es entweder bestehende Grundsteuerpflicht oder sie besteht nicht. Und hier klärt sich das relativ flott, weil wir haben hier einen X. Dieser ist Einzelunternehmer und hat entsprechend ein Betriebsgrundstück mit einem Einsatzwert von 500.000 Euro. Das hätte man vielleicht auch noch zuschreiben können, dass das Grundstück hier einen Wert von 500.000 Euro hat. Jetzt kommen wir mal zur Ermittlung. Wird ein bisschen schwerer, aber geht eigentlich auch voll fit. Das sind fünf Schritte an der Zahl, wobei man drei Schritte eigentlich in eine Formel direkt reinklatschen kann. Okay. Erstmal Berechnung. Wir fangen an mit dem Einheitswert. Einheitswert. Und zwar, welche Rechtsnormen brauchen wir hierfür? Hierfür schauen wir in den 13er. Absatz 1 des GRSTG. Da gucken wir mal kurz hinein, was da drin steht. Steuermesszahl und Steuermessbetrag heißt das Paket. Und zwar bei der Berechnung der Grundsteuer ist von einem Steuermessbetrag auszugehen. Dieser ist durch Anwendung eines Tausendsatzes Steuermesszahl auf den Einheitswert oder seinen steuerpflichtigen Teil zu ermitteln, der nach dem Bewertungsgesetz im Veranlagungszeitpunkt für den Steuergegenstand maßgebend ist. Ja, und unser Steuergegenstand ist entsprechend der Grundbesitz, den wir hier haben. So, dann zweites Paket. Hier haben wir die Messzahl. Messzahl oder Steuermesszahl. Ich kürze das jetzt hier ab. Und zwar gemäß dem Paragrafen, hier haben wir mehrere, und zwar 13er, 14er, 15er, 13er, 14er und 15er. Ich richte mich jetzt nach dem Paragrafen, den wir in der Vorlesung dann auch haben, der im Skript steht. Entsprechend der hier für diese Aufgabe auch relevant ist. Die anderen Paragrafen lassen wir mal außen vor. So, aber wie gesagt, ich habe es euch hier einmal hingeschrieben. Dann haben wir jetzt nächstes Paket, den Messbetrag oder auch Steuermessbetrag. Ich kürze das jetzt ab mit Messbetrag. Und zwar ist das hier der Paragraf 13. Ja, und wem wir jetzt wundern, das ist der Absatz 1 im Grundsteuergesetz. Und dann haben wir das vierte Paket. Und zwar den Hebesatz. Da gucken wir jetzt auch mal hinein. Satz. Dieser muss natürlich in der Aufgabe wieder angegeben sein. Wir wissen ja nicht, ey, wo sind wir jetzt in welcher Region, in welcher Gemeinde ist unser Grundbesitz. Und hier haben wir den Paragrafen 25 des GRSTGs. Ja, und dann haben wir entsprechend noch die Grundsteuer selbst, die wir zum Schluss berechnen. Grundsteuer. So, ja, und ich meinte ja vorhin, man kann eigentlich hier drei Schritte in eine Formel packen. Das ist die Messzahl, den Messbetrag und den Hebesatz. Eigentlich auch den Einheitswert. Eigentlich kann ich sagen, ey, ich packe die ersten vier einfach in eine Formel, in eine Berechnung rein und habe dann zu guter Letzt das fünfte Paket. Das ist die zu veranlagende Grundsteuer für den jeweiligen Grundbesitz, in diesem Fall den Steuergegenstand. So, ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal in die Aufgabe hinein. Und zwar als erstes würde ich nochmal den Hebesatz gerne aufschlagen. Hier steht nämlich was von Festsetzung des Hebesatzes. Absatz 1. Die Gemeinde bestimmt, mit welchem Hebesatz des Steuermessbetrags oder des Zerlegungsanteils die Grundsteuer zu erheben ist. Ja, also die Gemeinde bestimmt das. Das ist ganz wichtig. Das haben wir hier auch nochmal oben drinnen. Das heißt, wenn ihr beispielsweise in Berlin einen Grundbesitz habt, dann ist der Hebesatz entsprechend anders, als wenn ihr in Köln, Hamburg oder München euren Grundbesitz habt. So, das Ganze dazu. Dann würde ich sagen, ermitteln wir die Pakete. Ich gehe jetzt mal hier Nummer 1, ganz easy durch, Einheitswert. Würde ich hier sagen, ey, liegt hier bei 500.000 Euro, Punkt. Ihr könnt das natürlich auch direkt hier unterschreiben, wenn ihr euch so eine Struktur schon erstellt habt. Ist dann vielleicht einfacher, das Ganze nachzuvollziehen. So, Nummer 2. Wir haben die Messzahl und da müssen wir uns den Paragrafen jetzt raussuchen, der für uns relevant ist. Gucken wir mal die 13er bis 15er an. Ja, 13er bis 15er. Moment. 13er bis 15er. Ich muss nochmal kurz gucken. Ne, 14er bis 16er. Das müsste 14er bis 16er sein. Da war jetzt mein Fehler. Ich gucke das nochmal kurz nach. Ne, hat sich direkt geklärt. Das ist wirklich 13er bis 15er. Da war ich mir jetzt unsicher, weil wir den 13er ja hier vorne schon angegeben hatten. Okay. Kein Problem. Wir machen direkt weiter. Und zwar, welchen Paragrafen brauchen wir hier? Wir gucken in den 14er, 15er mal hinein. Hier steht was von Steuermesszahl für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft. Steht hier irgendwas in der Aufgabe von einem Landwirt oder von einem forstwirtschaftlichen Unternehmen? Nein. Und der 15er spricht von einer Steuermesszahl für Grundstücke. Und wir haben ja hier ein Grundstück. Also können wir sagen, ey, Grundstück, wir gucken in den 15er hinein. 15er. Hier das Paket. Und dort würde ich sagen, dass wir direkt auch die Rechtsnorm hier angeben. Und zwar 15er Absatz 1 GSTG. Und da steht was von 3,5 vom 1000. Eine ganz merkwürdige Formulierung. Ich musste auch erstmal die Suchmaschine anwerfen und gucken, ey, was heißt das hier eigentlich? Nichts anderes als eine Promillezahl ist das hier irgendwie. Das andere wäre eine Prozentzahl. Hier geben wir einfach noch eine Null. Rechnen wir dazu. Und dann sind wir hier eben bei den 3,5 von 1000. So würde ich das jetzt schreiben. Dann hätten wir hier eben die 0,0035. So. Unsere Messzahl hier gemäß des 15er Absatz 1. Und das meinte ich eben damit, dass der 14er für uns in der Vorlesung nicht relevant war, weil die Übungsaufgabe, die im Skript war, die hat sich nur auf ein Grundstück bezogen. Trotzdem, im 14er steht einfach nur 6 von 1000. Also würde ich annehmen, dass da 0,006 dann stehen muss für Land- und Forstwerte. So. Dann würde ich sagen, dritte Paket. Was brauchen wir jetzt? Wir brauchen einen Messbetrag. Ja. Relativ easy. Er sagt uns nämlich, wir sollen hier einen Messbetrag ermitteln, indem wir diesen Einheitswert nehmen. und dann eben unsere Messzahl darauf ansetzen. Das heißt, wir haben hier die 0,0035 und das ganze Paket hier unserem Einheitswert, die 500.000. Boah. Und dann haben wir hier, Taschenrechner mal kurz, 0035 mal 500.000. Dann haben wir 1750. 1750. In diesem Fall würde ich hier noch Euro hinschreiben. Ja. Und dann gehen wir direkt zum vierten Paket rüber. Und zwar den Hebesatz. Hier haben wir einen Hebesatz von 300% angegeben. Im Skript waren es 280%. Und dann stand dann hier auch 200.000. Da habe ich einfach die Zahlen geändert. Das ist ja wirklich echt eine obelige Aufgabe. So. Und fünftens. Die Grundsteuer ermitteln. Das heißt, wir haben hier dann dreimal vom Messbetrag. Und entsprechend haben wir dann, Taschenrechner einmal anwerfen. 5.250 Euro wäre die zu veranlagende Grundsteuer in diesem Fall. Ja. Aber es kann man sich merken. Ey. Merkt euch. Ihr habt die Rechtsnormen. Paragraph 10. Dann habt ihr den 13er, mit dem ihr hauptsächlich arbeitet. Und zwar hier den Absatz 1. Ja. Und dann müsst ihr ja gucken. Ey. Was habe ich hier für ein... Habe ich hier ein Grundstück? Habe ich hier ein Land- oder forstwirtschaftliches Unternehmen hier vorliegen? Das war es eigentlich schon. Und dann könnt ihr eigentlich das Paket, was ich hier gemacht habe, aus der 0,0035 mal die 500.000 mal 3. Und dann habt ihr eigentlich... Eigentlich habt ihr die Rechnung in einem Paket schon abgearbeitet. Aber wie gesagt, das stand so im Skript in den 5 Schritten. Und also wollen wir die auch entsprechend so durchgehen. Ja. Und was vielleicht noch interessant ist. Hebesatz B. Der ist unter anderem auch für Wohneigentum. Wie gesagt, Grundstücke. Oh, da sind 3, 4 andere Pakete noch drin im Hebesatz. Also in der Grundsteuer B. In A. Das müssten dann Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen sein. Ja. Da könnt ihr selbst euch nochmal erkundigen. Wie gesagt. Da stand auch nichts zu im Skript oder so. Ja. Dementsprechend. Würde ich sagen, war es das jetzt auch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Rest steht in der Videobeschreibung. Gib dem Video einen Daumen hoch. Und ciao.